Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von DRAGTECH. Ja, ähm, ich bin etwas mit dem Umbauen fertig und zwar, ja, ähm, dieses Hütchen hat ein neues, äh, Außenskelett bekommen. Äh, drinnen habe ich noch nicht weitergemacht. Äh, und auch ein Dach ist drinnen draufgekommen. Bei diesem ebenfalls, äh, ich glaube, die eine Hälfte ist jetzt fertig, die zweite noch nicht. Schauen wir mal rauf. Ja, fast. Äh, hat auch eine neue Außenhaut bekommen. Schaut jetzt so aus. Und, äh, wie ich gesagt habe, ist es um zwei länger geworden. Also, das heißt, die Maschinen stehen jetzt in der Reihe. Wie ich es ja auch das letzte Mal gesagt habe. Schaut jetzt so aus hier. Äh, wie ihr seht, ich habe jetzt endlich auch noch an den Texturen rumgeschlaubt. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch zwei Mods, äh, sozusagen. Und zwar einmal, äh, Bibliocraft. Ähm, ja. Weil, äh, habe ich hier auch noch ein wenig was aufgehängt, dass ich endlich meine Werkzeuge habe. Äh, wie ihr seht, hier ist ein Latest Desk. Äh, ja, ich habe mich als Junkler dahingestellt. Äh, war, äh, nicht so, äh, super. Ja. Äh, was weiter. Ja, dann habe ich natürlich, äh, etwas, äh, weiter mit den Sachen, äh, gearbeitet. Das heißt also, ich habe, oh, wieder Zellen da. Ich habe ja noch weiter Zellen produziert. Das heißt, dass ich muss dann mal irgendwann, äh, richtig groß los. Ha, das weiß ich, das baue ich heute jetzt auch noch. Dass ich das mal abpumpen kann. Äh, ja, und ich habe ein wenig neu, äh, umstrukturiert. Also, das heißt, hier sind die ganzen anderen Sachen. Mal wieder eine Anzeige. Juhu. Äh, momentan sind auch, äh, Wasserzellen drin. Habe ich gebraucht, um das Wasser loszuwerden. Ja, und wie gesagt, hier sind momentan dabei, die ganzen Erze durchzujagen. Ähm, nehmen wir mal mit. Äh, die ganzen Kisten, habt ihr gesehen, sind hinten jetzt leer. Die habe ich jetzt hier. So. Kommt alles schön brav rein. Äh, bin jetzt auch schön beim Verarbeiten. Also, hier sind die Standard, äh, äh, Sachen. Plus, äh, Blöcke. Hier sind jetzt die anderen. Ähm, dann haben wir hier unsere anderen, unsere, auch hier habe ich schon ein paar Blöcke zusammen jetzt gemacht. Ähm, das ist jetzt auch ein wenig leerer. Die ist jetzt auch, die habe ich, glaube ich, ja genau, die habe ich jetzt auf Gold abgedatet. Wie gesagt, ich bin momentan fleißig beim Verarbeiten. War auch nochmal unten. Ähm, habe jetzt schon mal die Standard-Textur rein. Also, das heißt, äh, jetzt sind sie fast alle texturiert. Äh, Traincraft fehlt noch. Mach ich auch noch, irgendwann. Ähm, Sertus habe ich sogar jetzt, ähm, schon auf den neuen. Das muss man mal uns anschauen. Ja, kann man ganz lassen, hätte ich gesagt. So. Kommst rein. Er ist auch fast leer. Das können wir ja auch. Da sind meine, ähm, sonstigen, äh, Sachen drin. Und das ist mein restliches Graffel. Gut. Äh, ja. Was will ich tun? Ich habe mir ein wenig Obstiedling gemacht. und einen Brick. Den Brick mache ich gleich. So. Und dann hätte ich gesagt, nehme ich mir einen halben Stack. Einen halben Stack. Dann brauche ich diese Kiste. Und davon brauche ich jetzt acht. Dann kommst... Oh. Der ist ja noch beim Arbeiten. Okay. Tun wir mal raus. Bin noch beim Zellen herstellen. Hehe. Okay. Nee. Dann... Hören wir jetzt damit auf. Schlupp. Cold Dust und Flint. Und... Cold Dust und Flint. Äh, ja. Muss ich mal schnell nochmal schauen. Äh, Diamond Grinder. Kommen zwei raus. Und ich glaube, ich brauche drei. Okay. Okay. Das heißt, ich brauche... Äh... Ich depp. Äh... Kommen zwei raus. Kommen auch zwei raus. Pulverizer auch. Gut. Das heißt, die werde ich jetzt dann nochmal hingehen und, ähm... Schön hier verteilen und mit meiner Glücksspitzhacke dann kaputt machen. Ja. Was weiter... Was wollte ich... Genau. So. Das heißt jetzt, ähm... Ich zeige euch, was ich machen will. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie ich es jetzt vorhabe. Und er probiert. Ob der das auch kann. Ja. Ja. Er fängt das Arbeiten an. Ist doch nett. Äh... Der E-Furness ist mir egal. Jawohl. Danke. So. Dann warten wir, bis der fertig ist. Und ich habe jetzt einen Cold Junk. Und der Cold Junk kommt in den Kompressor. Und dann haben wir unseren ersten Tier. Dann haben wir zwei Stück. Also wie gesagt, wir brauchen zwölf. Das heißt, ich brauche insgesamt sechs Stück davon. Das heißt, ich muss jetzt dann hier... Äh... Sechs Industriediamanten machen. So, und da ist jetzt unser erster da drin. Genau. Gut. Äh, ja. Was will ich jetzt sonst da machen? Ich habe jetzt nicht umsonst Blaze Powder da durchgejagt. Ups. Falsche Kiste. Äh, das sind fünf. Gut. Dann bedeutet es... Die kommen in die Ecke. Dann habe ich mir drei Leder mitgenommen. Die kommen da hin. Die Enderperle kommt in die Mitte. Ja. Und die Wolle drunter. Und ich habe mir einen Enderpunch gebaut. Ja. Weil mir geht es nämlich auf dem Ast, dass ich die ganze Zeit es nicht machen kann. So. Dann brauche ich davon zwei. Davon auch. Oh. Ich glaube, ich habe schon wieder falsch gedacht. Dann brauche ich davon zwei. Davon auch. Und... Und davon auch. Gut. Das stimmt schon wenigstens mal. Nett. So. Dann heißt es, das eine kommt auf jeden Fall mal hier rein. Äh, die andere stelle ich mal... ...da vorne hin. Gut. Äh, das heißt jetzt, ich kann jetzt mit meiner Enderpunch... Äh, mein ganzes Zeug daraus jagen. Sehr gut. Das heißt, ich könnte noch mal was nach Hause schicken. Äh, ja. Dann hätte ich gesagt, ich brauche noch einen Obsidian. Hooray, ich habe einen vergessen. Super. Äh, ja. Gehen wir noch mal nach rüber. Äh, ja. Dann heißt es jetzt, einmal raus. Einmal rein. Wo kommt es da hin? Ich hoffe, der... Ja, ich glaube, der merkt sich das. Genau. Gut. So wollten wir es ja auch. Ho. Dann. Weiter. Und zwar. Nicht so. Dann muss ich in meine Bücherei. Und das mit den Namen habe ich nicht vergessen. Kommt noch. Bin ich nur beim Überlegen. Weil ich brauche das dann öfters. Ja. Wie gesagt, wenn ihr so eine Einfälle habt, wie ich welches Haus benennen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drüber. So. Und dann hätte ich gesagt, brauche ich noch, ähm, zwei Herrschaften davon. Und ich habe eine Enchantment Table. So. Und dann brauche ich, ähm... Ja. Äh, super. Jetzt ist mir es... Äh, jetzt fällt es mir nochmal ein. Äh, ja. Dann... Dann fragen... Dann fragen wir halt mal die Enchantment Table. Was kann ich denn aus dir machen? Ich fange schon bei das Hungern an. Äh, ein Junkloader. Genau. Dich wollte ich bauen. Du warst das. Tadarit Enchant. Aha. Okay. Okay. Dann brauche ich fünfmal Gold. Ah, der war mal wieder sehr inteligent. Und ich glaube, die Enderperle oben drauf. Jawohl. Und ich habe einen Junkloader. Warum brauche ich einen Junkloader? Den hocke ich jetzt, ähm... Ja, wo setze ich denn den hin? Ich hätte gesagt, hier hinten. Dann machen wir mal den Laser an, dass ich mal sehe, wie weit das der geht. Schwert an. Und nach außen. Okay. Der ist... Für dieses Haus passt er. Für dieses nicht. Äh, das wollen wir aber auch dabei haben. Dann gehen wir hin und sagen, Radius drei. Oh. Jetzt ist dieses Haus auch dabei. Dieses Haus ist auch dabei. Das ist sehr gut. Das vordere Haus ist nicht dabei. Aber die Baumfarm und ein Creeper ist auch dabei. Wiedersehen. Gut. Dann hätte ich gesagt, können wir den Laser ausmachen. Und können sagen, äh... Sagen, ist in Ordnung. Also das heißt, wenn wir jetzt dann Farming gehen und so weiter, äh... Kann hier alles so weiter schön verarbeiten. Weil meine Höhlen sind ja mittlerweile, äh... 3,60 Meter, äh... Daneben. Und wie gesagt, ähm... Dann kann ich halt wenigstens hier ganz normal weiterarbeiten. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, ähm... Ein paar Sekündchen haben wir noch. Dann machen wir die spannendste Aufgabe der Welt. So, die zwei. Nehmen wir jetzt. Den schmeißen wir da rein. Und den schmeißen wir da rein. Ja, wie gesagt, ihr seht, ich fange hier schon kräftig an, Sand durchzuhauen. Dass ich endlich mein... Ne, Dächer hinkriege. Achso, viel Sand habe ich nämlich nicht mehr zum Abbauen. Gut. Dann hätte ich gesagt... Also, wir kriegen als maximal, ich glaube, zwei Stück pro, ähm... Masseräter und weiß was, der Kugug raus. Jetzt hoffe ich immer, dass ich... Nein, ich habe keine Kohle einstecken. Das ist gut. So, ob ich jetzt mehr als zwei Stacks kriege. Wenn nicht, wird das nächstes Mal, äh, verarbeitet. Ja, das Einzige, was wir mal definitiv kriegen, ist, äh, Erfahrungspunkte. So, jetzt haben wir 41. So, und das machen wir jetzt auch gleich, äh, Waypoints, Latest Test, Delete. Delete, danke. Geh mal auf den Zeiger. Ja. Denkst du, da nix Böses dabei? Ah, hätte ich vielleicht auf Peaceful oder so stellen müssen. Naja, das nächste Mal weiß ich's. Ja, ich bin verhungert. Ja, ja, das ist der Nachteil vom Hard-Modus. So, und wir haben... Ja, weniger. Gut, also das heißt, ähm... Da bringt uns Glück nicht so viel. Wow. Also das heißt, äh, ja. Dass wir dann nächstes Mal in der Maschine gemacht, dass ich dann das gleich rauskriege. Vor allem, da kann ich mir das dann gleich sparen. So, gut. Das heißt, wir haben jetzt vier. Und, ähm, diesen Stack hauen wir hier rein. Dann können wir sagen, Freude. So, und die 51 Stück nehmen wir noch mit nach drüben. Ah, machen wir mal wieder voll. Und hier auch. Ah, jetzt haben wir da... schon ein paar. Ganz gut. An dernigsten machen wir noch Industrie-Litamanten noch fertig. So, ein... Ein Stick da rein. Ein Stick da rein. Ah. Da flint rein. Und da flint rein. Und da nehmen wir ein paar Bricks. Ja, ihr könnt draußen rumhüpfen, wie ihr wollt. Ich hab momentan keine Lust auf euch. So, ich hab gesagt, sechs Stück brauchen wir. Einen Hammer. Brauchen wir noch fünf. Gut, dann können die durchjodeln. Können wir nochmal rüber. Ja, wie gesagt, ich mach's jetzt nur, damit ich, äh... halt schnell hin und her laufen kann. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt nochmal zwei Sticks. Also, das heißt, es sind jetzt dann schon vier drin. Ah, ich nehm' momentan meine Lieblingsladung wieder zu mir. Die Slimies. Ah, fein, fein. Feine Schillantinne. Ja, und wie gesagt, ich hab das hier auch noch hingebaut, damit ich halt mein Werkzeug aufräumen kann. Endlich. Äh, kann ich euch auch mal zeigen, wie das geht. Und zwar... Ist... Ist ja jetzt egal. Werden wir bestimmt nochmal brauchen. Und zwar, diesen einen baut man so. Das ist dieser Jungle Shelf. Das ist das da oben. Da kann man das Zeug dann drauflegen. Und das untere ist, glaub' ich... Äh, Moment. Muss ich mal gucken. Ob ich noch recht hab? Genau. Und das untere sind Half-Steps und Eisen. Und ich hab' dann so'n Werkzeugkofferchen. Das kann ich dann da reinlegen. Gut. Die sind noch fleißig dabei. Sind jetzt fünf Stück drin. So, sechs und sechs. Ähm... Die kommen hier hin. Die kommen drumrum. So, das ist schon wieder einer. So, und jetzt kommen die raus. Die auch raus. Weil, ähm... Ja. Ich bin da, glaub' ich, mit der Hand schneller. Weil die sind jetzt nämlich auch durch. Dann schauen wir mal, ob's reicht oder nicht. So, das bedeutet jetzt. Du kommst da hin. Einmal drumrum, bitte. Ah, okay. Das heißt, die machen mir einen Arbeitsschritt weg. Weil ich muss jetzt den Cobalt, glaub' ich, in die Presse legen. Genau. Gut. Dann hätte ich gesagt, äh, ja. Dann lass' ich die, ähm, wirklich noch komplett durchlaufen. Uah, nicht so. Da sind nochmal zwei drin. Und da sind auch nochmal zwei drin. Das heißt, ich hab' jetzt hier vier. So, die kann... Ah, doch, die kann man stacken. Hab' schon gedacht. Gut. Gut. Ähm... Wie gesagt, äh, die lass' ich jetzt dann schön drauf durchlaufen. Und dann können wir beim nächsten Mal dann anfangen, den Grinder. Beziehungsweise die Grinder. Weil ich mach' ja nicht nur eine, sondern ich mach' ja gleich vier. Also das heißt, ich produziere jetzt diese Industrie-Diamanten vor. Und dann können wir das nächste Mal, wie gesagt, ganz normal die Sachen durchhauen. Beziehungsweise ich seh' grad, ähm, vier, acht, zwölf, sechzehn. Juhu. Äh, du kommst da rein. Ha. Und, ähm, ha. Dann weiß ich jetzt, was ich noch jetzt mach'. Und zwar Overclocker-Upgrades. Ich brauch' 10k coolen Cells. Äh, ja. Ich hoffe, dass der Electrolyzer noch nicht angefangen hat. Doch. Alles klar. Ähm, das ist aber ganz einfach. Da ja die Lava draußen ist. Äh, hätte ich mal, sag' ich mal zu dem Herren hier. Ähm, könnten Sie bitte mal hinten auf, äh, Wasser umschalten. Und dann heißt es jetzt, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Dann machen wir das so. Lassen wir den mal komplett durchlaufen. Dann haben wir ein paar Wasserzählen. Dann hätte ich gesagt, dann mach' ich mir jetzt nämlich, ähm, paar Overclocker. Und die restlichen, also ich zeige jetzt sicherlich das einmal. Und dann baue ich die restlichen Overclocker dann auch noch, äh, und dann können wir die das nächste Mal dann alle einbauen. So, ähm, warum hab' ich jetzt zehn raus? Wenn sich jetzt bestimmt einige fragen. Normalerweise, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oder es steht 10.000 dort. Gut, das heißt, wie gesagt, wir lassen jetzt mal den Herren da die restlichen Wasserzellen, äh, machen. Ja, und da ich jetzt, äh, ja, nur, da haben wir ja noch einen Liquid Transposer eigentlich fehlt, für allen möglichen, klar, dann Dutch. Boah, ich hab' eigentlich noch einen. Bin ja auch lustig. Ich könnte den eigentlich die ganze Zeit mit Wasser laufen lassen. Hm. Naja. Stimmt, der ist dann immer angeschlossen. Haha. Ja. Weg, der war spitze. Äh, dann lassen wir den mal weiter mit Wasser laufen. Oh. Super. Naja. Äh, lieber zu spät als nie. So, ich hoffe jetzt dann auch, dass die... Passt. Gut. Jetzt wüsst du vielleicht auch, warum, dass wir so viel Eilzinn haben. Hahaha. Ja, nur das hab' ich vorher bestimmt nicht erkannt. So, äh, das heißt jetzt für mich, ich brauch' jetzt noch mal 32. Wenn ich mich immer gefragt hab, warum, dass ich so viel Flint hab', jetzt weiß ich, für was ich denn brauch'. Äh. Äh, äh, das ist natürlich ganz toll. Das ist jetzt ein unterschiedlicher. Äh. Das sind acht. Das sind auch acht. So, das waren zwei. Das heißt, die kommen da rein. Ja, und der läuft auch fröhlich durch. Ja, und der eine reicht jetzt auch noch. Gut. Dann kommen die da rein. Ja. Und dann heißt es jetzt für mich erst mal, die Wasserzelle in die Mitte. Ich brauch' davon jetzt richtig viel. Ja. So. Dann heißt das jetzt eins, zwei, drei. Erst mal weg. Die kommen dann da hin. Hab' ich noch ein Miner Wire. Ja, hab' ich. Ah ja, ähm, und wie ihr seht, so schnell kriegen wir keine Gummiprobleme mehr. Wie gesagt, momentan läuft die da draußen teilweise auch gar nicht mehr. Das ist nämlich der reinste Wahnsinn, was die, äh, so gebastelt hat in der Zeit. So, dann hätte ich gesagt, äh, müssen wir schnell nochmal nach vorne. Äh, Refined Iron. Und, äh, Redstone brauch' ich auch noch. Also ist es die hier. Und dann heißt es jetzt Summ 1. Reicht erst mal? Ich hab' gesagt, ich bau' erst mal so einen. Weil die anderen kann ich dann nämlich mit der Assembly Table laufen lassen. So, dann haben wir jetzt einen Overclocker. Ähm, und ihr seht jetzt die Geschwindigkeit von dem Maserator. Und ich klicke jetzt drauf. So, und jetzt ist er schon ein wenig schneller geworden. Wie gesagt, man kann vier Stück pro Gerät reinstecken. Nur ab und zweitem braucht er auch, äh, Energie. Man kann auch, äh, Energie-Upgrades reinhauen. Also das heißt, ich könnte zum Beispiel dann, ähm, ja, müsste ich mir genau mal angucken. So, so, so Dinger reinhauen. Das heißt also, 100.000 MJ oder 100.000 EU oder 10.000 EU. Also, da kann ich, äh, wirklich alles machen. Und da es ein kleiner ist, hätte ich gesagt, ähm, kommen dann die da rein. So, auf jeden Fall, der ist jetzt etwas, äh, zügiger unterwegs. Äh, schläft nicht so ganz ein. So, dann sind die jetzt auch fertig. So, dann hat der Onkel jetzt noch was, äh, Lustiges erzählt. Und er hat es mit den Diamanten dann doch geschafft. So, und dann machen wir es jetzt doch noch in der Folge. So, das heißt, die 16 Diamant, das kommen in die Ecke. Äh, nochmal, Grinder. Und was brauchen wir? Stahlplatten. Wieviel habe ich denn da vorne? 12. Na, hervorragend. 13, 14, 15, 16. Danke. Okay. Oh. Na Gott. Aber dazu muss man aufpassen, weil nicht, dass man dann davon, äh, so komische Sachen macht. So, so lange warten wir jetzt auch noch. Hm. 1, 2, 3, und 4. Danke. Äh, ja. Dahin. So, und das heißt jetzt, du kommst dahin. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 8, 12, 12, 16. Ja, 13, 16. Ja, super gezählt. Drag. Ganz toll. Du brauchst aber 5. Mann, 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 Mann. Äh, Mathe war nicht mein Fach, glaube ich. Oh Gott. So, nochmal 2. Und nochmal 2. Hat jetzt den Vorteil, ich kann dir jetzt da reinhauen. Ah, und ich habe einen super Vorteil. Ich muss, äh, langsam, aber sicher wieder Diamanten suchen gehen, weil, äh, mir gehen gerade Diamanten aus. Äh, oder habe ich noch welche? Moment. Mal gucken. Die, 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 die. Schaut nicht so aus, dass ich da welche habe. Und da habe ich auch keine. Da ist das Diafach. Das ist leer. Der ist durch. Wow, der hat schon 2. Also, ihr seht, Cracktech ist einer der billigeren. Und wenn sich jetzt einige fragen, wieso macht ihr gleich 4? Äh, erstens, weil es möglich ist, an diesem Casing gleich 4 anzuhängen. und zweitens will ich es ja dann auch so machen, dass 2 mit Wasser laufen. Ähm, und die anderen 2 mit dem anderen Zeug. Gut, also das heißt jetzt für mich, ich habe jetzt sehr viel geschafft, in der, in der Zeit. Und das heißt, in der nächsten, in der nächsten Folge werde ich mich um dieses Rezept hier kümmern. Also, das heißt, ich werde dann Pumpen bauen. Und, äh, ja. Ein Thermal zum Mitnehmen. Ja. Also, das werden wir dann jetzt nächste Mal machen, dass wir dann endlich etwas Lava haben. Wie gesagt, wir geben jetzt mittlerweile auf den Ast, dass ich hier die ganze Zeit out of Lava bin. Und jetzt seht ihr, das Ding wird auch schon gerade teilweise gar nicht mehr voll. Ah, okay, jetzt füllt sich es gerade wieder. Gut, dann hätte ich gesagt, äh, war es das für die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. 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 Ciao.